so hallo meine lieben und herzlich willkommen zum letzten teil vom battlefield 5 hier bei lokas live tja so schnell kann es gehen genau nur noch der epilog aber es war kurz aber heftig aber geil nur gut dass wir so ein game pass haben aber sowas sind ja traditionell keine singleplayer games ja eigentlich schon aber naja was willst du machen was willst du machen ach ja ich bin der loris ich bin die kassie und zusammen ergibt das lokas ich hoffe es gibt überhaupt noch was zu tun im epilog ich weiß das gar nicht i was a good soldier one among many firing cruel weapons and strangers in different colored uniforms in countries that didn't belong to any of us god help us all the wheels of war are still turning throttles set engines roaring armed fueled in motion but against all of that horror one thing gives me hope i have glimpsed another world a world where humanity shines brightly rising from the ashes of these dark times burning with hope it illuminates a path through this wreckage i wish implemented a path a path to somewhere better a path a path super a coast a coast to somewhere better a coast a coast a coast a coast Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und die? Keine Ahnung. Mache schon mal das Bechen auf. Mache schon mal. Mache schon mal. Okay, das hätten wir letztes Mal dran packen sollen, aber wer soll das ahnen? Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Genau. Egal, dann war es das schon. Verwechseln im Head Game.